Da hat er nicht angezögert, der slowakische Schiedsrichter sofort getriffen ist, auch nicht wirklich nah dran gestanden, aber Sie wissen ja, mittlerweile gibt es modernes an Kommunikation, wir schauen genau hin. Ja, da wird er, glaube ich, schon getroffen. Einmal kurz den Fuß hingeschätzt, Elf Makun, zack, da trifft er ihn kurz am unteren. Das scheint mir fest, spielt vielleicht nicht unbedingt die Rolle noch einmal. Ja, ja, eindeutig, okay. Sieht nicht so dramatisch aus und Peli waren noch nicht allzu viele Flugstunden vornehmen müssen im Strafraum. Geht völlig in Ordnung, diese Entscheidung. Völlig in Ordnung, 13. Spielminute. Der Kapitän mit der 16. Paul Schammer gegen Idris Kamini. Ach, kein Schlechtgeschoss. Mr. Rabe ist leider geschlossen, Mr. Helfer. Paul Schammer gegen Idris Kamini. Der wäre nur hineingegangen, wenn der Kipper sich auf eine Seite total gestürzt hätte, bis zum Fostern übergesprungen hat. Ja, wegstecken! Grosse Führungschancen! Verpacken! 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 Untertitelung des ZDF, 2020